In drei Worte, also mal kurz gefasst, einmal der Respekt zu der Haut, zum anderen die Erfahrung. Ich beschreibe die Marke Maria Gallo für mich als sehr etwas Einzigartiges, etwas individuelles, angepasst auf die Bedürfnisse der Haut, mit wunderbaren Ergebnissen in der Behandlung wie auch in der Heimpflege. Es ist eine Marke professionelle, 100% manuelle, sehr Respektvolle und nicht Invasive. Ich liebe es. Und ich denke, es ist wirklich für eine Einheit, und es ist das, was wir versuchen, zu Ihnen zu geben. Für mich, der wichtigste Kommentar von meinen Kunden, nachdem ich meine Behandlung von Maria Gallo gesehen habe, ist die Dank. Und sie haben mich die Dank, weil sie den Moment genossen haben. Und sie haben auch, wenn sie sich in den Augen sehen, wie ihre Haut ist, ist sehr glücklich, und sie hat sich in der Lage, die Tiran-Tecke hat. Sie sind sehr glücklich. Sie sind sehr glücklich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017